Nicht in den gewohnten Räumlichkeiten der Villa Blanca, sondern am Golfplatz in Rinn präsentiert der heimische Gastronachwuchs dieses Mal sein Können. Bei der Villa Blanca Golftrophy gibt es für die Teilnehmer neben dem sportlichen Anreiz auch so manches kulinarische Gusto-Stückerl. Zahlreiche Freunde und Partner des Hauses lassen sich den gelungenen Event nicht entgehen und so zeigen Kurt Jara, Hans Haller, Günther Gföllner oder Burke Hart-Bederieber ihr Können und ihre Liebe zum Golfsport. Sportliche Sieger gibt es natürlich auch bei diesem Stableford-Turnier. In der Brutto-Wertung freuen sich Nikolaus Gotain und Artur Krasovic über den ersten Rang. In der Netto-Wertung liegen Hannes Bauer und Patrick Monig an der Spitze. Die Villa Blanca Golftrophy soll auch im nächsten Jahr auf dem Programm stehen.